So, beenden wir nun diese ganzen technischen Sachen und kommen jetzt nun wieder zurück zum Ursprung. Ich glaube, eure Köpfe rauchen wahrscheinlich schon bei so vielen Informationen, die wir jetzt bekommen haben. Und deshalb konzentrieren wir uns jetzt wieder auf ein Thema, was wir ganz, ganz am Anfang besprochen haben. Und zwar das Thema Energie und Zeit. Ich habe ja ganz am Anfang des Kurses gesagt gehabt, hey, hör zu. Dieses Thema Physik, Energie und Zeit wird unfassbar relevant in der Zukunft, aber auch natürlich das Thema Geld. Und deswegen möchte ich jetzt die letzten drei Videos eben dafür nutzen in diesem Modul, um halt eben die Verbindung zu schaffen. Ich denke, viele von euch haben jetzt schon sicher verstanden, warum Zeit so relevant ist, warum Energie so relevant ist, warum das Thema Geld so relevant ist in Bezug auf Bitcoin. Aber falls du trotzdem noch nicht so viel damit anfangen kannst, möchte ich einfach in diesen Videos jetzt das Ganze verknüpfen. Vor allem in dem jetzigen Video möchte ich einfach das Thema Energie und Zeit mit Bitcoin in Verbindung bringen und sagen, warum genau diese zwei Themen so wichtig ist und warum wir Modul 1 auch deshalb durchgenommen haben und uns eben über diese Physik einfach Gedanken gemacht haben. Also, Bitcoin und Zeit. Zeit ist Geld. Ich denke, das ist ein Spruch, den viele von euch sicherlich schon gehört haben. Und was Zeit ist, haben wir im Modul 1 geklärt, also sehr, sehr ausführlich. Falls ihr dazu noch Fragen habt, einfach mal im Modul 1 nochmal reinschauen. Und ich denke, wir sind uns einig, wenn man einfach sagt, Zeit ist Geld, dann würden erstmal viele nicht unbedingt einstimmen oder zustimmen. Aber wenn wir das in einem digitalen Rahmen betrachten, dann ist Geld eine Ressource, die auf jeden Fall greifen muss. Weil wenn wir keine Zeit haben in Bezug auf ein digitales Geld, dann haben wir komplettes Chaos und es würde niemals funktionieren. Das haben wir natürlich auch schon besprochen gehabt. Ich denke, das sollte jetzt auch soweit klar sein. Aber wie schafft man es jetzt, eine relative Ressource, sowas wie die Zeit, was überall im Universum unterschiedlich verläuft und in einem Netzwerk, wo die Leute auf der ganzen Welt verteilt sind und jeder eine andere Zeitzone hat, eine andere Zeitrechnung, sich unterschiedlich bewegt, in unterschiedlichen Geschwindigkeiten und, und, und. Natürlich nur ganz minimal. Aber wie soll so etwas Relatives in etwas Absolutes, vor allem etwas absolut Knappes wie Bitcoin funktionieren? Das ist ja unfassbar schwierig und man kann ja nicht irgendwie eine Zahlung machen und dann schaut jemand auf die Uhr, so, ah, bei mir ist jetzt 52, super, trage ich das so ein. Das muss ja wirklich für alle gleich sein. Und da Zeit etwas Relatives ist, ist das super schwer. Und was hat sich jetzt hier Bitcoin überlegt? Bitcoin hat gesagt, okay, Zeit ist relativ, aber wir selber werden einfach zur Uhr und jeder orientiert sich an uns. Und somit hat jeder auch die gleiche Zeit am Ende. Und das ist eine super coole Idee und klingt jetzt erstmal ein bisschen verrückt, aber warum das so ist, warum das eine coole Idee ist, das zeige ich euch jetzt. Und das hat eben auch genau damit zu tun, was wir eben ganz am Anfang durchgenommen haben mit Modul 1. Deshalb, falls du das jetzt noch nicht angeschaut haben solltest, warum auch immer, falls du gesagt hast, okay, ich möchte erst mal bei Bitcoin erfahren, bevor ich Modul 1 anschaue. Oder spätestens jetzt solltest du erst Modul 1 anschauen. Und das jetzt auch final zu klären, schauen wir uns erstmal an, was ist eigentlich Besitz? Also, wir wissen, Besitz in der physischen Welt ist ein Ist-Zustand. Wir wissen, wenn es zum Beispiel Bob, Peter oder beziehungsweise Peter, Bob eine Münze gibt, dann hat er diese Münze nicht mehr und Bob hat jetzt diese Münze. Und das ist durch die physischen Gegebenheit einfach so beschlossen. Es kann nicht sein, dass er plötzlich dieselbe Münze auch hat. In einer digitalen Welt, also in einer Welt, wo Register geführt werden, welche eine zeitliche Einordnung haben, damit sie funktionieren, ist genau dieser Ist-Zustand nicht direkt, sondern indirekt. Also man versucht, eine physische Gegebenheit indirekt in einem Register abzuspeichern oder wiederzuspiegeln. Und in dieser physischen Ebene, in dieser physischen Welt ist es halt so, dass alle Dinge einzigartig sind. Oder zumindest viele Dinge eine einzigartige Wirkung haben, wie zum Beispiel Gold. Wenn ich jetzt sage, okay, ich gebe dir Gold, dann ist automatisch so, dass ich ein Gold weniger habe und die andere Person ein Gold mehr hat. Das ist so, das ist ein Naturgesetz und so wird es immer sein. In einer digitalen Welt funktionieren die Dinge halt komplett anders. Was? Wenn ich dir etwas weitergeben möchte, dann geht es nur über den Weg des Kopierens und somit sind alle Dinge verwechselbar, also austauschbar. Wenn ich etwas habe, einen Coin, einen digitalen Coin und ich ihn dir senden möchte, dann haben wir plötzlich zwei Coins. Genauso wie mit einer Idee. Wenn ich eine Idee habe und sie dir erzähle, dann haben wir am Ende zwei Ideen und nicht ich habe eine Idee weniger und du hast eine Idee mehr. Um das zu lösen, müssen wir eigentlich immer darauf vertrauen, dass die Person, die zum Beispiel diesen digitalen Coin sendet, ihn am Ende auch wirklich löscht, damit nur noch eine Person diesen Coin hat. Aber weil wir ja niemandem vertrauen möchten, ist ja so etwas wie Bitcoin entstanden, wo wir ohne Vertraueninstanze eben dieses Double Spending, diese doppelte Ausgabe eben verhindern können. Das ist ja diese tolle Technologie. Aber da wir ja in einem digitalen Rahmen ja normalerweise nur Register haben, ist es auch so, dass sie nicht mit der physischen Welt kooperieren, beziehungsweise nicht den Regeln folgen, sondern eigene Regeln definieren oder definiert wurden. Also Menschen haben gesagt, okay, das Register funktioniert nach diesen Regeln, wir können unsere eigenen Regeln machen, wir müssen nicht hier der Physik folgen. Und das führt am Ende auch zu bestimmten Dingen, vor allem wenn wir jetzt das auf Geld beziehen, wir versuchen jetzt digitales Geld zu erzeugen mit Hilfe von Registern und machen da unsere eigenen Regeln, dann wirkt das oft sehr inflationär, wenn wir dann versuchen zu sagen, okay, wir möchten aber so etwas wie Gold jetzt trotzdem digitalisieren und das parken wir jetzt einfach in ein digitales Register und dann passt das schon. Und so hat jeder einen digitalen Nachweis über eine Ressource wie zum Beispiel Gold. Bedeutet, wenn du ein Gold hast, hast du auch eine digitale Abbildung davon und automatisch, wenn du diese digitale Abbildung hast, hast du auch Zuspruch auf ein Gold. Jetzt kann es halt sein, dass man trotzdem dieses digitale Dokument kopiert oder dass man es einfach ausweitet, aber den physischen Bestand zum Beispiel nicht. Und dann hat man halt einen sehr stark inflationären Effekt, bedeutet man hat am Ende mehr Zertifikate als zum Beispiel wirkliche Ressource und dann hat man wieder dasselbe Problem wie beim Fiat. Und damit genau das bei Bitcoin nicht passiert, versuchen wir natürlich diese Ressourcenbindung zu erzeugen mit Energie und Zeit. Wir kümmern uns jetzt erst um den Aspekt der Zeit und wir hatten ja schon vorher bei Bitcoin geklärt, dass am Ende es bei Bitcoin eigentlich darum geht, wer besitzt wie viel, also dass man die Eigentumsrechte erklärt. Und durch die Bitcoin Blockchain, durch dieses Register, durch diese Zeitstempelung, wissen wir ganz genau, okay, das ist Vergangenheit, das ist Gegenwart und das ist Zukunft. Wir wissen zwar nicht, wie die Zukunft aussieht, weil das eine Wahrscheinlichkeitsfrage ist, aber wir wissen, okay, dieser Block kommt in der Zukunft oder wir wissen, es wird ein Block kommen. Das ist die Zukunft, der Block ist jetzt gerade entstanden, das ist die Gegenwart und alle anderen Blöcke sind Vergangenheit. Und das Wichtige bei Bitcoin ist, dass möglichst jeder das überprüfen kann auf eine einfache Art und Weise. Normalerweise braucht man immer eine zentrale Instanze, die genau diese zeitliche Ordnung schafft und genau bestimmt, das war zuerst, das ist Gegenwart, das ist Zukunft und das ist Vergangenheit. Und in einem dezentralen Netzwerk, so wie Bitcoin, können wir das selber machen und selber prüfen und selber validieren. Wichtig, Bitcoin ist trotzdem digital. Also Kopien sind trotzdem möglich. Man könnte Bitcoins kopieren, man könnte das ganze Netzwerk kopieren, aber die Erfindung von Bitcoin, was der Toshinaka-Moto erfunden hat, ist nicht, nicht zu kopieren, sondern Kopien, die gemacht werden, nutzlos zu machen. Du kannst es zwar kopieren, du kannst Bitcoins kopieren, aber sie werden durch den Konsensusmechanismus, durch die Dezentralität, nutzlos. So, jetzt sind diese Dinge uns ja schon mehr oder weniger bekannt. Aber warum ist Bitcoin jetzt Zeit oder warum ist Bitcoin jetzt eine Uhr? Wir konnten schon dem White Paper entnehmen, dass Bitcoin eine Time Chain ist und ein verteilter Zeitstempelserver, dass viele Leute auf der Welt, Blocks, einen Zeitstempel verpassen. Und wir wissen ja, okay, Gegenwart, Vergangenheit, Zukunft, alle 10 Minuten, wir haben einen gewissen Rhythmus. Und eine Uhr braucht einen bestimmten Rhythmus, eine bestimmte Frequenz, um zu funktionieren. Und Bitcoins Herzschlag, Bitcoins Frequenz ist eine probabilistische Frequenz. Das bedeutet eine wahrscheinlichkeitsbasierte Frequenz. Man kann nicht genau sagen, alle 10 Minuten schlägt die Frequenz von Bitcoin, aber man kann sagen, sie ist wahrscheinlichkeitsbasierend. Und wahrscheinlich wird sie alle 10 Minuten schlagen, je nachdem, wie die Schwierigkeit ist, je nachdem, wie viele Miner versuchen, dieses Rätsel zu lösen und, und, und. Es ist auf jeden Fall sehr wahrscheinlichkeitsbasierend. Und das gibt uns halt die Sicherheit der Fälschungssicherheit. Also wir wissen, dadurch, dass wir genau unterscheiden können zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und dasselbe überprüfen können, mit Hilfe zum Beispiel einer Fullnote, dass wir diese absolute Fälschungssicherheit haben und die Zukunft ungewiss ist, also unvorhersehbar, genau wie in unserer physischen Welt, wissen zwar, etwas wird passieren, aber wir wissen nicht, wie zum Beispiel der nächste Block aussehen wird. Wir wissen nicht, welche Transaktionen drin sein werden, wir wissen nicht, wie die Nance ist, wir wissen nicht, wie der Block Hash ist, wir wissen all diese Dinge nicht. Und genauso ist es auch mit der Vergangenheit. Wir wissen, die Vergangenheit ist absolut, sie ist abgeschlossen und umso mehr Blöcke auf die Vergangenheit drauf gemeint werden, umso absoluter ist die Vergangenheit. Und wenn du die Vergangenheit ändern möchtest, musst du so einen hohen Zeitaufwand betreiben, dass das schlichtweg unmöglich ist. Zumindest in der Lebzeit von uns, in der Lebzeit des Universums, in der Lebzeit der Sonne, wie auch immer. Und das lässt uns schlussfolgern, dass erst die Kausalität, also das Zusammenspiel von Ursache und Wirkung, Bitcoin diese Möglichkeit gibt, überhaupt erst eine Uhr zu sein. Dann die Unvorhersehbarkeit und die Absolutheit, also genau dieser Unterschied zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und dann natürlich die Frequenz, die jede Uhr hat, die probabilistische Frequenz bei Bitcoin. Und das alles, diese Bestandteile lassen Bitcoin eine Uhr sein, an dem sich alle orientieren müssen. So, jetzt kann man aber sagen, okay, Bitcoin ist eine Uhr, ja, schön, aber sie ist ja sehr ungenau. Wenn ich jetzt hier auf meine Armbanduhr schaue, dann sehe ich genau jede Sekunde, jede Stunde, jede Minute, alles immer mit derselben Frequenz. Jetzt ist es aber so, dass bei einer Uhr nicht die Frequenz entscheidend ist, wie genau sie im Verhältnis zu Minuten oder Stunden ist, sondern es ist wichtig, dass jeder dieselbe Uhr verwendet. Das ist das Allerwichtigste, vor allem bei einem dezentralen Netzwerk und vor allem, dass die Zeit überhaupt vergeht. Dass sie jeder nutzt und dass sie überhaupt vergeht. Und deshalb sagt man, lieber dezentral und ungenau, als zentral und genau. Weil sobald jemand zentral über die Zeit entscheiden kann, kann er wieder über historische Ereignisse entscheiden und kann sagen, okay, das war zuerst, das war nicht zuerst, so entscheide ich das jetzt und damit müssen jetzt alle leben. Und genau damit man das eben nicht hat, geht man lieber auf eine Uhr, die sagt, okay, sie ist dezentral und lieber etwas ungenauer, alle zehn Minuten oder man sagt, okay, wir lassen es gleich zentral, scheiß auf den ganzen Dreck und wir bleiben lieber etwas genauer. Somit kommen wir nun zu einem Satz, den wir schon im Modul 1 hatten und zwar, die Zukunft ist die Richtung, in der das thermodynamische Gleichgewicht weiter zunimmt. Und genau das greift natürlich auch bei Bitcoin, vor allem die Thermodynamik in Bezug auf das Mining. Dazu kommen wir jetzt gleich, aber ich denke, diese Regel sollte euch noch ganz gut im Gedächtnis sein. Und das gibt uns natürlich die Möglichkeit, über Vergangenheit und Zukunft und über das Jetzt zu unterscheiden. Also, da wo das Gleichgewicht zunimmt, da ist auch die Zukunft. Und deshalb ist einerseits Bitcoin fundamental, fundamental für das Netzwerk, dass alle es nutzen, dass alle auf derselben, dass alle dieselbe Zeit nutzen, alle denselben Zeitstempel haben. Aber Bitcoin ist auch emergent, weil erst diese ganzen kleinen Bauteilchen von Bitcoin lassen Bitcoin eine Uhr sein und lassen überhaupt Bitcoin erst vergehen und gibt Bitcoin erst überhaupt diese ganzen Möglichkeiten. Dann ist Bitcoin auch kausal, also es ist eine kausale, eine schlussfolgernde Reihenfolge aus bestimmten Ereignissen, die dann am Ende über Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft unterscheiden lassen auf dieser Timeline, die sich halt eben Bitcoin nennt, beziehungsweise Blockchain. Und sie ist natürlich probabilistisch. Bitcoin ist probabilistisch, hat eine probabilistische Frequenz, bedeutet, sie ist wahrscheinlichkeitsbasierend und dadurch kann keiner den nächsten Block voraussagen oder die Zukunft voraussagen, genau wie in der physikalischen Welt, sondern sie ist komplett probabilistisch. Und das ist auch gut so und das gibt Bitcoin auch am Ende erst die Sicherheit. Und um all diese Dinge jetzt wirklich verstanden zu haben, ist es halt eben wichtig, Modul 1 durchzugehen, um dann am Ende zu verstehen, wie Bitcoin funktioniert, warum Bitcoin Zeit ist und warum genau diese Zeit Bitcoin diese Sicherheit gibt, die es braucht, um möglichst sich durchzusetzen und am Ende etwas zu werden, was wir alle nutzen können und für uns alle ein großer Vorteil sein kann. Ich hoffe, dieses Video, diese Zusammenfassung zum Thema Zeit hat dir gefallen. Jetzt geht es gleich weiter mit der Energie. Viel Spaß! Viel Spaß! Viel Spaß! Viel Spaß!